Na denn, auf nach oben! Schauen wir mal, was oben noch so gibt. Erschlossen. Okay. So viel zu weh'n und schau'n. Oh, das ist neu. Ba 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 drüber. So viel zu weh'n. So viel zu weh'n. So viel zu weh'n. Was ist denn hier mit der Schallplatte? So viel zu weh'n. So viel zu weh'n. So viel zu weh'n. ansonsten was müssen wir denn noch machen was ist denn eine kletterwand? kletterwand. ah ja, das war dann hier raus, klettern runter und dann anwesend. ok wir müssen dann wohin? da können wir noch ein blubbel hin? ach, hier oben. naja, dann tun wir den mal. naja, dann, 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 dann? naja, dann, 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 zei, dann, dann, dann. after much thought the detective became convinced that this scientists, this jules De Mares muss die Schlüssel halten. Er musste zur Radio-Tower kommen. Oh Junge. Der scheint ein bisschen sauer zu sein. Hat er den hier einfach untergefeuert? Den haben wir da. Ein Sicherheitstyp wieder. Wenn der Sturz ihn nicht umgebracht hat, dann ist er da. Auf jeden Fall. Hat der sonst noch irgendwo hinweist? Was hat man denn hier? Ja, Geldscheine. Boah. Und sonst hat er nichts bei? Da können wir da ein Foto von er zu erzählen. So nach dem Motto, guck mal hier, liegt der noch? Ah, guck mal, kann man fallen. So, Kletterwand. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Jo. Easy going, hier die Bandtour. Gehen wir mal den Pfad hier lang. Mal schauen, wo zu den Weg gefahren ist. War bestimmt mal ein Flussblatt hier, der Ding. Das ist ne Hütte. Na dann auf zur Hütte. Schauen wir mal, was da geht. Das ist ne Hütte. Na dann auf zur Hütte. Schnökel. Oh no. Nee, wir sind doch nicht ganz da. Oh, wann wer, warum? Da. Au. Oh. Diese komischen Geisterwilfe, ne? Was bist du denn? Ein leuchterer Stein. Guck mal schon, hätte Luft. Oh, ist ja interessant. So, wo sind wir denn jetzt? Weiß. Das ist immer auf der anderen Seite von den ... ... von den komischen Wagen hier, ne? Guck mal hier, die ich nur nicht sehe, doch. Gibt. Nicht. Oh, hier ist schon wieder so die Größe. Boah, Alter. Boah, Alter. Krab. Alter. Alter, du musst das benutzen. Mann, was ist denn los mit dir? Ach, Alter. Vielleicht sollten wir mal hier so einen Schuh benutzen. Na, siehst du, da fährt der Lefre eben so. Der arme Elch. Dieses Spiel ist so grausam einfach. Nun. Dann schauen wir mal. Oh. Hey, Munition, ja. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen öfter benutzen. Aber bis jetzt sieht es ja auch ohne, ne? Jetzt ist es auf Schnitt zu. Oh. Jetzt schon Wind hier. So. Oh. 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 Geht's. Also mir war Attner hier das erste Haus, wo die angekommen sind. Also ob ich da diese dicke Truhe fessa ab đầu denken. Oh. Oh. Was ist denn das für ein Schuppen? Da gibt es doch Schimper zu holen. Ah ja, ein Batterien. Ja, ja, ich verstehe das schon. Oh, noch eine Münze. Was ist denn das für ein Schuppen? Was ist denn das für ein Schuppen? Ist also verwirrend. Was ist denn das für ein Schuppen? 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 Ja, da sind sie. Ja, ja, ich komme. Dann düsen wir mal. Da kann der wieder Hatter werden hier. Oh, 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 oh. Wiii. Los, ihr kleinen Süßis. Was ist denn das für ein Schuppen? Schön auf dem Weg bleiben. Stopp, stopp, stopp. Ich muss jetzt mal rumrollen müssen. Immer hier und da. Ab und zu friest er mal. Könnte an der Kälte gehen. Ach, schön. Ja, ihr macht nur einen Job. Und stolz auf euch. Ihr Süßen. Das Problem ist nur, wenn ich euch hier so steuertun, kann ich leider nicht gucken. Oh, 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 oh. Da jetzt da lang. Und wir müssen... Links lang. Und so weiter nach oben. Oh, 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 oh. Also in die Richtung. Den Leuchten entgegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mach auch einen Radau. Ja, ich weiß, ihr freut euch. Das ist genau euer Wetter. Ja, beruhe dich, Mann. Beruhe dich. Hey, halt, halt. Hey. Oh, und hier, der kann ich nicht wissen, wie weit ich hier mit euch schnuffisieren kann. Ich muss hier mal stehen lassen. Es war ein Checkpoint, und ein ziemlich sophistiktes. Karl Fulbert fand es sehr schwierig, zu irgendwelchen Gründen, dass eine Koppermine so großartige Sicherheitsmaßnahmen braucht. Oh, und noch eine Waffe. Sense, switch nochmal. Gründenradio. Vorsicht, den Duden. Ja, ist doch in Ordnung. Beruht euch mal. Befeindes. Ja, ja. Bin dann wieder da, ich muss noch kurz beim Heli gucken, was da los ist. Schnellt nicht funktionsfähig zu sein. Das ist ja wieder typischst hoch. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Ersatzteile. Ja, aber das hat sich schon gelohnt. Das raucht das in dem Gebelg. Das lässt ja eine Stute da haben. Komm mal, Hundis. Ja, ja. Na, ja, ist so süßer. Ja, nein. Hey. Düsen wir mal noch ein Stück weiter, ja. Los, ihr kleinen Bautis. Oh, 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 oh. Ja, ja. Bleib mal geisch, meine ich. Puh, kalt. Mach mal zu. Mach die Tür zu. Yo, hello. Ersatzteile. Dosen. Mikrowelle, hey. Was gibt's denn hier heute? Spaghetti. Eine Sabbelkarte? Schon wieder? Batterie, Batterie. Dann schwimmt aber wieder eine Menge Batterie morgen. Oh ja. Hochfern. Nachdem, wie viel gedacht, wurde der Detektiv überzeugt, dass dieser Wissenschaft, dieser Jules de Mares, die Schlüssel halten muss, muss er die Schlüssel halten. Er musste, um die Radio-Tower zu kommen. Noch. Das verkaufen ich. Schwächer wäre ja einfach, einfach, weil das geht. Hm. Hm. So. so hoch hier werden zu fahren sie sind jetzt sieht auch noch ganz okay aus so muss man denn hin da soll man hin lassen weil da kann man ja nicht lang machen na gut hundis fahren wir mal noch zwei mit ein Zugangskarte erforderlich. Level 3 Wo sind wir denn? Hier sind wir. Da wollen wir hin. Lass mir raten, wir müssen bestimmt hier hinten irgendwo hin. Hochzug Level 3. Können wir denn mal ne Zugangskarte hier von Level 3? Hier liegt nicht zufällig. Hier liegt nicht zufällig. So, Level 3 Karte hoch. Ist hier ganz zufällig. Hier liegt nicht zufällig. Das ist ja unangenehm. Das ist ja unangenehm. Das ist ja unangenehm. Und es ist ja unangenehm. Und es ist ja unangenehm. Ja, ja. Und so beim Heli, da genüscht's. Was ist das denn hier? Hm. Nun, Fläche hinten. Naja, flicks, 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 flicks. Flach hier. L Dienst. Stau Cartier. Flach hier. Flach hier. Vielen Dank.